Wir haben vor fünf Jahren begonnen, die Gigabit-Vision umzusetzen und es wurde eine starke Story. Es war Wachstum, Passion, Energie. Wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo wir die nächste Rakete zünden, wo wir den Sprung in die nächste Technologie-Ebene schaffen. Das ist jetzt die Zeit für Augmented Reality. Superspannend und das ist auch der Motor, den wir jetzt anwerfen und uns in die Zukunft katapultieren. Wir erweitern die Realität. Und zwar für jeden. Jeder kennt irgendwie dieses Traditionelle, ich schlage das Kochbuch auf. Und das einmal zu revolutionieren, nach wahrscheinlich über 100 Jahren, ist irgendwie der richtige Zeitpunkt jetzt. Es gibt die Technologie, es gibt die Möglichkeit, Change to a better life und diese Chance zu schaffen, mit Technologie zu unterstützen. Kochen gibt es schon lange und Koche entwickelt sich immer weiter. Kochtechniken, neue Zubereitungsarten, neue Geräte. Aber jetzt mit der GIGA-AR, das ist was völlig Neues, das ist ein neues Level vom Kochen. Man könnte auch sagen, das ist das Kochbuch des neuen Jahrtausends, weil du hast wirklich die Hilfe dabei. Das ist Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht. Das ist echt krass. Eine Technik ist nichts ohne Anwendungen. Was wir jetzt schaffen wollen, ist Anwendungen für den Privatkunden. Jetzt beginnt die Entwicklung. Wir schaffen eine Plattform, auf die andere aufsetzen können. Das ist gut für uns und das ist auch gut für andere. Das ist gut für uns und das ist auch gut für andere. Vielen Dank.